Hallo, ich bin Klaus-Ruhe Matzen, 46 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter. Ich komme aus Kopenhagen in Dänemark und ich möchte Oberbürgermeister von der Hansa-Universität Stadt Rostock werden. Rostock bewegen, das ist der Leitsatz von Klaus-Ruhe Matzen für die Oberbürgermeisterwahlen in der Hansa-Universität Stadt Rostock. Er ist einer von insgesamt neun Kandidaten. Einer Partei gehört er nicht an, allerdings wird er von CDU und FDP unterstützt. Eine politische Karriere schwebte Matzen zu Beginn seines Berufslebens eigentlich nicht vor. Er widmete sich als Kaufmann lieber Möbeln. Es war eigentlich so, ich war zur Musterung in Dänemark und habe ein Freilos gezogen. Dann wollte ich mich freiwillig melden und mein Papa fand es aber eine ausgesprochen schlechte Idee, ein ganzes Jahr lang Löcher im Wald freiwillig zu buddeln und meinte, ich soll lieber ein Jahr im Ausland gehen. Da habe ich mich in ein deutsches Möbelhaus beworben und da habe ich dann angerufen, die sagten, das wäre die beste Bewerbung. Und nach 20 Minuten Gespräch sagten die auch, es war auch die einzige Bewerbung. Und so bin ich halt los nach Deutschland, ab im Möbelhaus. Vor mehr als 20 Jahren gründete Klaus-Ruhe Matzen dann Möbelwikinger in Rostock. Jetzt ist er geschäftsführender Gesellschafter. Inzwischen ist die Firma deutschlandweit mit acht Filialen vertreten. Gewinnt Klaus-Ruhe Matzen die Rostocker Oberbürgermeisterwahlen, kann er seinen Posten allerdings mit ruhigem Gewissen aufgeben. Ich hoffe, es bleibt immer noch ein wunderschönes Möbelhaus und dass meine Frau das gut leitet. Die wird dann Geschäftsführerin und wir haben viele züchtige Leute im Betrieb, die dann immer jeder für sich ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen muss. Jetzt haben sie auch 20 Jahre Zeit gehabt, um es zu lernen und deswegen, ich glaube da, ich glaube es nicht. Ich bin voller Zuversicht, dass meine Leute auch gut ohne ihren dann alten Chef klarkommen. Seit 2013 ist Klaus-Ruhe Matzen ehrenamtlich Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock und damit höchster Repräsentant für die Wirtschaft der Region. Eine Aufgabe, die er mit Leben erfüllt hat. Sehr unkonventionell, sehr menschlich. Auch dieses Amt wird Matzen ablegen, sollte er zum Oberbürgermeister gewählt werden. Die Präsidentschaft bei der IHK zu Rostock ist nicht sein einziges Ehrenamt. Seit 2017 organisiert er die Hanse-Tour Sonnenschein, eine Radtour durch ganz Mecklenburg-Vorpommern. Auf der großen Fahrt werden Spendengelder für Organisationen gesammelt, die krebskranke Kinder unterstützen. Seit mehr als drei Jahren ist Matzen auch als Handballtrainer aktiv und trainiert die D-Jugend-Mädchenmannschaft des SV Warnemünde. Zwischen zehn und zwölf Jahre sind die Handballerinnen alt. Als Jugendlicher hat Klaus-Ruhe Matzen selbst Handball gespielt, dann wechselte er zum Basketball. Trotz seines oft stressigen Alltags nimmt er sich gerne Zeit für seine Mannschaft. Genau deshalb ist, glaube ich, Handballtrainer sehr gut, weil es ist etwas völlig anderes als das Normale. Am Schreibtisch rumhängen, mit Menschen diskutieren, Pläne durchsprechen, einfach mal mit Kindern was zu tun, mit dem rumlaufen, auf dem Platz ein bisschen schwitzen, Kopf frei kriegen. Und außerdem sind die Kinder goldig, kommen auch immer mal mit Kommentaren, die einen schon ziemlich zum Lachen bringen. Am 26. Mai 2019 wird der neue Oberbürgermeister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gewählt. Klaus-Ruhe Matzen kennt die Wirtschaft, ist bundesweit vernetzt und regional engagiert. Der Däner hat Visionen für seine Heimatstadt Rostock. Ich stelle mir vor, dass Rostock ein Vorreiterstadt wird. Vorreiten in der Nachhaltigkeit, in der Ökologie, auch wirtschaftlich natürlich. Und dass wir die Pläne und Wünsche, die die Rostocker haben, auch umsetzen. Dass wir aufhören, immer nur darüber zu reden, was wir gerne hätten. Dass wir es machen, dass wir nicht verwalten, sondern gestalten. Ich glaube, insgesamt ist die Stadt wie eine Rakete. Die müssen wir nur noch gemeinsam zünden. Und ja, ich zähle auf euch. Ich freue mich, gemeinsam mit euch Rostock schöner zu machen. Bis zum nächsten Mal.